Musik Das nächste, was wir nun hören, ist Stefan Blankertz. Wo sehe ich ihn? Irgendwo ist er. Da ist er in der ersten Reihe, wo er hingehört. Das Spannende an selbstorganisierenden Marktwirtschaften ist nicht nur ihre besondere Effizienz, sondern auch ihre Fähigkeit, Überschüsse zu erwirtschaften im streng ökonomischen Sinne, um dadurch Wohltätiges und Mildtätiges zu ermöglichen. Und ich glaube, Stefan Blankertz wird uns jetzt umreißen können, wie eine Gesellschaft sich selbstständig ohne Zwang und ohne Befehle und ohne Gewaltmonopol organisiert und die Einzelnen gar nicht einander Wölfe sind oder Pudel, sondern Freunde und in Liebe miteinander handeln. Stefan, eine halbe Stunde für dich. Ja, schönen guten Abend. Ich komme auf ein Thema zurück, das mich seit der Anfangszeit meines Engagements für den Libertarismus beschäftigt. Jedoch lange etwas im Hintergrund gestanden hat. Die Rede ist von Möglichkeiten und Vorteilen privater Wohltätigkeit. Mitte der 1980er Jahre waren wichtige Organisatoren des beginnenden europäischen Libertarismus das niederländische Ehepaar Hubert und Rita Jongen, die auch meine Mentoren in Sachen Libertarismus waren. Libertäre Randianer oder Objectivists mit einem großen sozialen Herzen. Ich liebe solche Mischungen von vermeintlich unverträglichen Zutaten. Mit Hubert und Rita habe ich oft über die Perspektive einer Libertären Stiftung zu wohltätigen Zwecken gesprochen. Sinnvolle, wohltätige Zwecke fielen uns genug ein. Aber für die Organisation und Finanzierung einer solchen Stiftung fehlte die kritische Masse. Und so wuchs sie nie über das papierende Stadion hinaus. Im Folgenden werde ich drei Themenbereiche ansprechen. Von dir, Carlos, habe ich letztes Jahr gelernt, dass man in einem Vortrag immer ankündigen solle, drei Dinge zu tun, auch wieder drei, drei Dinge zu tun, diese Dinge dann auszuführen und am Schluss noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Als erstes sage ich etwas zur Familie als Zentrum privater Wohltätigkeit. Als zweites gebe ich eine Reihe von historischen Beispielen nicht familiärer privater Wohltätigkeit. Und als drittes gehe ich auf Probleme bei der Organisation privater Wohltätigkeit innerhalb des bestehenden Sozialstaats ein. Das war ja die Aufforderung auch von dem Dachthema von André, dass es auch darum gehen sollte, um Möglichkeiten innerhalb des bestehenden etwas zu tun. Erster Teil. Familie und Wohltätigkeit. Eine Standardantwort von Debattären, wie ohne Sozialstaat Wohltätigkeit für Hilfsbedürftige gewährleistet werden könne, ist der Hinweis auf die Familie. In allen traditionalen Gesellschaften ist historisch und bis heute die Familie faktisch die wichtigste Instanz, die ihren in Not geratenen Mitgliedern unter die Arme greift. Aber ebenso faktisch hat die Familie in den industriellen und postindustriellen Gesellschaften rapide an Bedeutung verloren. Die Familie solle wieder gestärkt werden, ist eine gängige, libertäre Redensweise. Dabei sind beide Formulierungen äußerst vage. Sowohl die Aussage, die Familie habe an Bedeutung eingebüßt, als auch diejenige, sie solle wieder gestärkt werden. Die Familie hat an Bedeutung eingebüßt. Wodurch? Die Familie soll wieder gestärkt werden. Mit welchen Mitteln? Die Einbuße an Bedeutung geht im Wesentlichen auf zwei konträr zueinander stehende sozioökonomische Ursachen zurück. Ich benutze jetzt ein Wort, was David Modell gerade nicht so liebte. Ich liebe das eigentlich schon. Also die erste Ursache ist der Kapitalismus. Die für ihn notwendige Arbeitsteilung und die mit ihm einhergehende größere Erzeugung von Wohlstand. Die vorkapitalistische Ökonomie basiert auf der familiären Reproduktion, in der Landwirtschaft sowieso, aber auch im städtischen Umfeld, wenn auch im städtischen Umfeld bereits eine Abnahme der Bedeutung von Familie für die ökonomische Reproduktion zu verzeichnen war. Der Kapitalismus ermöglichte den Menschen ein Entkommen aus der Enge der Familie. Nicht für alle ist Familie ein Hort von Liebe, Sicherheit und Zuneigung. Für viele ist sie Brutstätte für Zank, Suizid und Mord. Je weniger Alternativen eine ökonomische und soziale Verfasstheit der Gesellschaft zulässt, je mehr die Menschen für ihre materielle und psychische Reproduktion auf die Familie angewiesen sind, umso unerträglicher kann die Enge der Familie werden. In diesem Sinne ist die mit dem Kapitalismus möglich werdende Abnahme der Bedeutung von Familie eine Befreiung und geht einher mit einer größeren psychischen Befriedigung, die der Wohlstand ermöglicht. Dies ist ein Aspekt, der unsere konservativen Freunde meistens nicht so gefällt. Die zweite Ursache dafür, dass die Familie an Bedeutung eingebüßt hat, liegt in der Tat im Sozialstaat. Die familiäre Solidarität ist nicht mehr notwendig, aber sie ist auch aufgrund der sozialstaatlichen Steuerlast immer schwerer zu finanzieren. Immer mehr Familien werden in die Abhängigkeit von Ämtern gedrängt. Dies ist ein Aspekt, den die Vertreter sozialstaatlicher Vorstellungen entweder übersehen oder rundheraus abstreiten. Das Argument gegen die sozialstaatliche Behauptung, der Bedeutungsverlust der Familie sei nicht Folge, sondern Ursache für die Notwendigkeit des Sozialstaats, bringe ich vor, nachdem ich auf eine konservative These zum Bedeutungsverlust der Familie eingegangen bin. Denn das Argument sticht gegen beides, die sozialstaatliche wie die konservative These. Von konservativer Seite wird bisweilen eine Ursache für die Abnahme der Bedeutung der Familie vorgebracht, der ich widersprechen möchte. Konservative verweisen auf eine gegen die Familie gerichtete Propaganda, als deren Quelle gern Psychoanalyse oder Kulturmarxismus genannt werden. Die These, Propaganda sei die Ursache für den Bedeutungsverlust der Familie, geht davon aus, dass Ideen das Handeln der Menschen bestimmen, nicht ihre materiellen Interessen. Ich hingegen gehe davon aus, dass materielle Interessen das zentrale handlungsleitende Element sind und die Ideologie nur den Überbau ausmacht. Ohne hier weiter auf Nutzen und Nachteil von Psychoanalyse und Kulturmarxismus einzugehen, bringe ich ein empirisches und materialistisches Argument vor, dass beiden Thesen widerspricht sowohl der sozialstaatlichen These von einem Bedeutungsverlust der Familie als unvermeidlicher und unumkehrbarer Gang der Geschichte als auch der konservativen These, dass die gegen die Familie gerichtete Propaganda ihren Niedergang bewirke. Das Argument, immer dann, wenn und überall dort, wo sozialstaatliche Strukturen zusammenbrechen, nimmt die Bedeutung der Familie wieder zu. Solche Zusammenbräuche stehen fast immer im Kontext von Krieg und einem Exzess staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsleben. Zweiter Teil Beispiele privater Wohltätigkeit Meinen kleinen Blumenstrauß an Beispielen privater Wohltätigkeit beginne ich im 17. Jahrhundert mit dem Waisenhaus, das der Pietist August Hermann Franke in Halle gründete. Für diesen Beginn habe ich einen sachlichen und einen persönlichen Grund. Der persönliche Grund ist, dass ich von August Hermann Franke durch meinen Vater erfuhr, der ein Initiator der sozialdemokratischen Schulreform war. Und dennoch sprach er anders als seine Kollegen aus dem Fach der Erziehungswissenschaft mit der größten Hochachtung über August Hermann Franke. Warum das bemerkenswert ist, werden wir gleich sehen. Der sachliche Grund ist, dass Waisen für eine Gruppe von Menschen stehen, bei denen per Definition das familiäre Netzwerk nicht greift. August Hermann Franke lebte von 1663 bis 1727. 1698 gründete er mit einer Spende als Startkapital ein Waisenhaus, aus dem sich in den folgenden Jahren eine kleine eigene Stadt mit mehreren tausend Einwohnern entwickelte. Ein erfolgreiches Unternehmen, das nicht nur Waisen- und Armenhäuser, Schulen und Werkstätten umfasste, sondern auch das modernste Krankenhaus der Region, eine Apotheke, die unter anderem ein bahnbrechendes Mittel gegen Fleckfieber herstellte und nach ganz Europa exportierte, ebenso eine Buchdruckerei, in der Bibeln auch in griechischer, hebräischer und in äthiopischer Sprache sowie in slavischen Sprachen gedruckt und vertrieben wurden. Die Frankischen Stiftungen zur Halle existieren noch heute. Die historischen Gebäude stehen auf der deutschen Vorschlagsliste zum UNESCO-Weltkulturerbe. Franke war kein Anarchist. Er erfreute sich bester Beziehungen zum König und zum Ministerialen, die seine Stiftung wohlwollend betrachteten, sie förderten und ihr gewisse Steuer- und Handelsprivilegien verliehen. Mit der neu gegründeten Universität Halle standen Franks Stiftungen in engem Kontakt. Er verdammte die Zuchtlosigkeit unter der Obrigkeit, aber bestritt nicht schlechthin ihre Legitimität. Wenn sie nur recht ordentlich der christlichen Zucht folge, sah er keine Problematik. Dennoch ist seine unpolitische Haltung im Rückblick atemberaubend und in die heutige Zeit versetzt durchaus revolutionär. Dies zeigt sich zum Beispiel in einer Werbeschrift, die er 1704 veröffentlichte, um für seine Stiftungen weitere Spenden und Kapitalinvestitionen zu erlangen. Die Schrift wurde unter dem wenig spektakulären Titel Der große Aufsatz bekannt. Ein Titel, den ihr erst Posthum der Herausgeber der gesammelten Werke Frankes verpasste. Die Schrift ist so aufgebaut, dass sie im ersten Teil den beklagenswert, unchristlichen Zustand der damaligen Gesellschaft aufzeigt. Der zweite Teil stellt die Errungenschaften dar, die sich in den Frankischen Stiftungen und in der Universität ausdrücken. Er behandelt seine eigene Stiftung und die Universität, ohne den Unterschied zu machen, dazwischen, dass das eine, nämlich seine Stiftung, privat und das andere, nämlich die Universität, staatlich war. In einem weiteren Teil der Schrift legt er da, wofür noch weitere Gelder und Unterstützungen notwendig sind. Schließlich fordert er den Leser auf, zum Aufbau der Stiftungen und zur Einrichtung von Stipendien für den Universitätsbesuch beizutragen. Dies sei in Form von Spenden, von Mitarbeit oder von Kapitalanlage möglich. Die Schrift verbirgt zwei Sensationen, eine formale und eine inhaltliche. Die formale Sensation im großen Aufsatz von Frank ist, dass er anders als Luther und Calvin nicht den Staat aufruft, einzuspringen und die Moral der Christenheit durch die Gründung und den Unterhalt öffentlicher Schulen und armen Anstalten aufzuhelfen. Selbst wenn er, wie er es an einigen Stellen tut, ausdrücklich an den Adel, die Fürsten oder andere offizielle Stellen appelliert, so geschieht es in einer Weise, dass sie gleichsam als Privatpersonen angesprochen werden, nicht als Vollstrecker öffentlicher Aufgaben. Auch sagt er an keiner Stelle, zwar seien seine Stiftungen privater Natur, aber eigentlich sei es die Aufgabe der Obrigkeit, derlei wohltätige Dinge zu tun oder zu veranlassen. Die inhaltliche Sensation ist im großen Aufsatz nur versteckt zu finden, genau so wie die formale Sensation. Obwohl Franke stets als einzigen Fokus seiner Argumentation hat, den Armen und Weisen die christliche Zucht beizubringen, geschieht dies, wie fast verschämt zwischen den Zeilen hervorscheint, vornehmlich dadurch, dass sie zum praktischen Handwerk befähigt werden. Als Methode traktiere, das Wort traktieren, ich hatte damals nicht diesen negativen Touch wie heute, das ist eine Formulierung von Franke selber, selbst als Methode traktiere man die Kinder, schreibt Franke, mit keinen anderen als solchen Dingen, die ihnen derma eins nützlich sein mögen. Also keine Predigten, sondern nützliches Handwerk. Damit ist Franke so erfolgreich, dass nach und nach auch Eltern ihre Kinder gern in seine Schule schicken wollen. Dies lässt Franke zu und je nach ihren Möglichkeiten zahlen diese dann Schulgeld. Mit seiner Methode begründete Franke das deutsche Realschulwesen inklusive Oberrealschulen und Realgymnasien. Dies ist besonders bemerkenswert gegenüber der späteren Schulpolitik Wilhelm von Humboldts, rund 100 Jahre später. Obwohl Humboldt als Liberaler eigentlich die Einmischung des Staates in Sachen Erziehung und Schule ablehnte, führte ihn sein bildungspolitischer Standpunkt geradewegs ins Gegenteil. Humboldt hielt nichts von Nützlichkeit als Kriterium der Bildung. Sein Begriff war Abzweckung. Bildung dürfte nicht abgezweckt werden. Für Humboldt hatte Bildung Menschenbildung zu sein und musste sich von jeglicher Erwägung irgendeiner wirtschaftlichen Nützlichkeit fernhalten. Dies ist der Sinn des Begriffs Allgemeinbildung im Gegensatz zu Fach- und Berufsbildung. Ich muss immer schmunzeln, wenn heute bisweilen Allgemeinbildung ideologisch als nützlich oder gar unabdingbare Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg angesehen wird, was sie definitiv niemals sein sollte. Da die Eltern und die Kinderbildung jedoch vornehmlich unter der Erwägung von wirtschaftlicher Nützlichkeit nachfragen und nachgefragt haben, wie unter anderem auch die Frankschen Stiftungen belegen, musste der liberale Humboldt auf den Start zur Durchsetzung seiner bildungspolitischen Vision setzen, während der ganz und gar unlebellische August Hermann Franke auf die Kraft der Einsicht von Eltern und Kindern setzen konnte. Er brauchte nichts als die freiwillige Nachfrage sowie für die Armen und Weisen nichts als freiwillige Spenden und Kapitalgeber. Nicht überraschend ist, dass die universitäre staatliche Pädagogik immer Humboldt den Vorzug vor Franke gegeben hat. Und hier nehme ich kurz den Faden auf, den ich einleitend mit dem Hinweis auf meinen Vater zu spinnen begonnen hatte. Interessanterweise lag dem Mainstream der sozialdemokratischen Schulreform der 1960er und 1970er Jahre die humboldtsche Verachtung des Nützlichen in der Bildung zugrunde, auch wenn sie sich vordergründig gegen die humboldtsche Tradition zu wenden schien. Mein Vater dagegen bestand darauf, dass es das Ziel sein müsse, den Graben zwischen Bildung und Arbeit zu überwinden und stand insofern der frankschen Tradition nahe. Übrigens hatte August Hermann Franke einen Nachahmer, und zwar Georg Müller in England, rund 100 Jahre später. Georg Müller lebte von 1805 bis 1898. Den Hinweis auf Müller erhielt ich von Robert Grötzingen, der hier auch unter uns weilt. Ja, und ich werde gleich aus deiner Kolumne zitieren, die ich jedem empfehle zu lesen, der sich mit diesem Thema der privaten Wohltätigkeit beschäftigt. Müller hat in seinem langen Leben vielen tausend Weisen geholfen und sie im Geiste August Hermann Frankes ausgebildet. Und ich kann das nicht besser beschreiben als Robert. Das ist ein kleiner Ausdruck aus deiner Kolumne, die du am 10. Januar 2022 bei eigentümlich frei eingestellt hast. Also jetzt Robert Grötzinger über Georg Müller. Der Erfolg der müllerschen Kinder rief Sorgen unter der Oberschicht hervor. In ihr wurden Stimmen laut, dass Müllers Weisen eine Ausbildung erhielten, die ihren gesellschaftlichen Rang überschritt. Aufgrund der Dauer der Ausbildung wurde Georg Müller der Vorwurf gemacht, dass er den Fabriken, Mühlen und Bergwerken Arbeitskräfte entzog. Er ließ sich jedoch nicht beirren und behielt die Jungen bis zum Alter von 14 Jahren und die Mädchen hört, hört bis zum Alter von 17 Jahren. Also sie erhielten drei Jahre länger Ausbildung als die Jungs. Solches Murren, das ist jetzt auch noch Robert, solches Murren deutet auf eine tiefe Sorge des Establishments hin. Kinder aus der Gosse, die bisher zu einem Leben im Armenhaus und somit einem Schicksal kaum besser als dem eines Sklaven verdammt waren, standen nun ihren Mann oder ihre Frau und bestimmten selbst über ihr Leben. Was würde dann aus dem Respekt vor der Oberlichkeit? Wo bliebe dann ihre Autorität? Nicht nur Aristokraten mögen so gedacht haben, auch neu reiche Industrielle fürchteten vielleicht Lohnforderungen und Konkurrenz von unabhängigen Geistern mit eigenen unternehmerischen Ideen. Soweit das Zitat. Aus Roberts Kolumne. Ich mache jetzt noch einmal einen Sprung von gut 100 Jahren und zwar in die Vereinigten Staaten von Amerika. In diesem Beispiel geht es nicht um Waisen, sondern um Obdachlose. Doch mit August Hermann Franke und Georg Müller verbindet das Beispiel, dass es ebenfalls mit Hilfe zur Selbsthilfe verknüpft ist. Es geht um die Grayston Bakery in der Stadt Yonkers, Bundesstaat New York. Die Bakery gründete 1982 der Zen-Meister Bernhard Glasmann. Bernhard Glasmann lebte von 1939 bis 2018. Er rief die Zen-Peacemakers ins Leben und vertrat einen sozial engagierten Buddhismus. Meine Frau ist Schülerin von ihm und 2011 war er bei uns zu Gast. Ich habe für ihn gekocht und anschließend mit ihm auf dem Balkon eine Zigarre geraucht. Als Bernhard Glasmann über ein sinnvolles Projekt für sein Engagement nachdachte, wurde ihm schnell bewusst, dass die Lösung für die sozialen Probleme, die er um sich herum sah, nicht darin bestehen konnte, eine weitere Suppenküche oder ein weiteres Obdachlosenasyl einzurichten. Die Armen brauchten Wohnungen und Arbeit. Die Bakery siedelte er erfolgerichtig in einem verrufenen Stadtviertel von Yonkers an, neben einem Bordell in einer zugemüllten Straße. Die Bakery praktiziert, wie es auf ihrer Webseite über drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung heißt, das Prinzip des Open Hiring. Das heißt, die Anstellung erfolgt nach wie vor ohne Ansehung des sozialen Hintergrunds. Zudem bietet sie den Bewerbern Hilfestellungen, die sie benötigen, um bei der Arbeit und in der Gemeinschaft Erfolg zu haben. So wurden vielen Obdachlosen, Vorbestraften und anderen Bedürftigen geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Bei all dem ist die Bakery ein profitables Unternehmen. Die Profite werden wiederum in soziale Projekte investiert. 2013 etwa über 30 Millionen Dollar in ein Wohnbauprojekt. Der unternehmerische Erfolg der Bakery lässt sich sehen. Seit 1988 liefert sie die Cookies für die Eiscreme-Marke Ben & Jerry's. Inzwischen gehören drei Sterne-Restaurants, der amerikanische Naturkostkonzern Whole Foods und sogar das Weiße Haus zu den Kunden. Ebenso bemerkenswert ist die soziale Bilanz. Als Bernard Glassman die Bakery gründete, lag die Obdachlosenquote in Yonkers mit am höchsten in den ganzen USA. Während sie in den meisten anderen Städten steigt, hat sie sich in Yonkers halbiert. Aus dem 20. Jahrhundert ein zweites Beispiel, ein weiteres Beispiel im Bereich der Waisen, die SOS-Kinderdörfer. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gemeiner in Tirol gegründet, um verwaisten und verlassenen Kindern ein neues Zuhause zu geben. Hermann Gemeiner lebte von 1919 bis 1986. Heute ist die von ihm ins Leben gerufene Organisation in fast allen Ländern der Erde aktiv, betreut weltweit etwa 1,5 Millionen Kinder in rund 2.500 Einrichtungen. Neben den über 500 SOS-Kinderdörfern betreibt die Organisation Berufsausbildungsstätten, Jugendwohngemeinschaften, Kindergärten, Nothilfeprogramme, Schulen, Sozialzentren sowie medizinische Zentren. Die Einnahmen der Organisation setzen sich heute etwa zu der einen Hälfte aus Spenden, Patenbeiträgen, Geschenkungen, Erbschaften, Unternehmenskooperationen und Stiftungen sowie zur anderen Hälfte aus öffentlichen Mitteln zusammen. Wie auch bei den religiösen Wohlfahrtsträgern gibt es derzeit bei den Privaten keine grundsätzliche Entgegensetzung zu staatlichen Einrichtungen. Vielmehr kommt es zu einer zunehmenden Verstrickung, sodass die Grenzen nicht mehr klar zu erkennen sind. Sich auf solch eine kooperatistische Verstrickung einzulassen, ist von der Seite der Kirchen und der Privaten durchaus verständlich. Sie sammeln Spenden in einem politischen Umfeld, das dem Sozialstaat grundsätzlich zustimmt. Zudem müssen sie, um überhaupt aktiv sein zu können, vielfach Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen. Schließlich können die Spender aufgrund der hohen Steuerbelastung viel weniger spenden, als sie vielleicht wollen. Mit der kooperatistischen Verstrickung geht aber auch die Unabhängigkeit, die Flexibilität und vielfach auch die Effizienz verloren. Staatliche und private Institutionen nähern sich schrittweise in Richtung auf Bürokratisierung an. Dies war nicht immer so. In Hermann Gemeiner etwa sah der Staat und sah die Kirche in Österreich zunächst einen unübsamen Konkurrenten. Geheimdienst, Detektive und Journalisten wurden auf ihn angesetzt, um etwas in seiner Vergangenheit herauszufinden, mit dem man ihn in der Öffentlichkeit unmöglich machen kann. Bei der Sicherheitsdirektion Tirol wurde eine Akte Gemeiner angelegt und im Sommer 1949 erreichten seine Gegner, dass man bei ihm eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat und dass seine Büros versiegelt wurden. Die Versiegelung währte allerdings nur eine kurze Zeit. Soweit ein kleiner Strauß an schönen Blumen der privaten Wohltätigkeit in meiner subjektiven Auswahl. Nun zu den Problemen, die zwischen den Zeilen auch schon angesprochen wurden. Dritter Teil Probleme. Bei allem Enthusiasmus hier und heute damit zu beginnen, private Alternativen zum Sozialstaat aufzubauen, gibt es drei Probleme im Auge zu behalten. Das erste Problem ist die Konkurrenz zu staatlichen Stellen. Das erste Problem stellt dar, dass es vermutlich wenig mögliche Spender gibt, die aus rein ideologischen Gründen Projekte unterstützen, in Bereichen, die der Sozialstaat einigermaßen gut abdeckt. Selbst das Argument, man könne privat die Hilfe günstiger organisieren, wird unter den gegebenen Bedingungen wenig zur Akquisition von Spenden beitragen, denn die Spender finanzieren ja via Steuern den Sozialstaat sowieso. Eine günstigere private Organisation senkt ihre Steuerlast nicht. Man wird sich vor allem also auf Nischen konzentrieren müssen, in denen der Sozialstaat entweder ganz versagt oder seine Angebote eklatante Qualitätsmängel aufweist. Zweites Problem staatliches Geld annehmen Fragezeichen Das zweite Problem für die private Organisation von Wohltätigkeit stellt die Frage dar, ob man staatliches Geld annehmen solle. Eine ideologisch begründete Ablehnung aller staatlicher Subventionen oder Förderungen leuchtet vermutlich nicht vielen Spendern, Organisatoren oder Betroffenen ein. Zudem gibt es die Schwierigkeit der Abgrenzung, was eine Subvention oder Förderung ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch stellen zum Beispiel steuerliche Begünstigungen Subventionen dar, so auch die Möglichkeit der steuerlichen Anrechnung von Spenden. Die meisten Libertären zählen Steuerbegünstigungen nicht zu Subventionen. Aber sind direkte Subventionen etwas anderes als die Rückerstattung von Steuern? Drittes Problem Es ist ein hoher Legalitätsgrad erforderlich. Also es gibt schließlich als drittes Problem zu bedenken, dass jede Organisation, die auch nur ein geringes Maß an Sichtbarkeit hat, wie einen Verantwortlichen unter einer Adresse, ein hohes Maß an Legalität einhalten muss. Auch hier verweise ich auf eine historische Erfahrung, nämlich auf die Erfahrung mit den sogenannten autonomen, also staatsunabhängigen Drogenberatungsstellen in den 1960er und 1970er Jahren. Sie hatten ständig Ärger mit Polizei und Justiz. Anders gesagt, der revolutionäre Impuls, der von privater Wohltätigkeit ausgehen kann, hält sich vermutlich in engen Grenzen. Vielmehr wird auch die private Wohltätigkeit ihren Anteil an der Stabilisierung des Bestehenden haben. Diese kurz umrissenen Probleme sollen nicht abschrecken, private libertäre Wohltätigkeitsorganisationen zu gründen, aber man muss sie im Auge behalten für eine realistische Sicht. Die Zusammenfassung ganz kurz. Erschluss. Erstens Niedergang der Familie. Ich habe aufgezeigt, dass die Familie einerseits wieder mehr Bedeutung erhalten kann, andererseits niemals wieder alle Bereiche abdecken wird, die eines sozialen Engagements und der mitmenschlichen Hilfe bedürfen. Zweitens habe ich Beispiele für private Wohltätigkeit gegeben, einen kleinen, subjektiv ausgesuchten Blumenstrauß, an historischen Beispielen, was möglich war, was möglich sein wird, das hängt von uns ab. Drittens die Probleme. Ich habe benannt, was die private Organisation von Wohltätigkeit unter den gegebenen Umständen, die die Existenz des Sozialstaats einschließen, an Herausforderungen enthält, nicht als Abschreckung, aber als realistische Meinung. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.